Ihr kennt ja sicher die vorgefertigten Energieprofile, die Windows mit sich bringt. Das sind zum Beispiel der Energiesparmodus, Ausbalanciert und Höchste Leistung. Leider sind diese vorgefertigten Profile häufig zu ausgeglichen und nicht speziell auf bestimmte Hardware oder Anforderungen ausgelegt. Außerdem hat man nicht wirklich viele Optionen, auf die man zugreifen kann, das meiste ist versteckt. Hier seht ihr die Einstellungen, auf die man normalerweise zugreifen kann. Und so sieht es aus, wenn man alle Energieoptionen freigeschaltet hat. In diesem Video befassen wir uns mit dem Thema, wie man Energieprofile unter Windows erstellen und an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Hierbei beschränken wir uns aber nicht auf die Standardoptionen, die man in den erweiterten Energieoptionen findet, sondern schalten zusätzlich noch Optionen frei, bei denen man beispielsweise bestimmen kann, ab welcher Auslastung der Prozessor höher takten soll. Also gut, fangen wir direkt an. Beginnen wir mit den Standard-Energiesparplänen. Diese finden wir, wenn wir auf Start klicken, hier Energiesparplan auswählen eingeben und auf das entsprechende Ergebnis klicken. Wir landen in den Energieoptionen und sehen die aktuell verfügbaren Energiesparpläne. Hierunter auch die gerade erwähnten Pläne ausbalanciert, Energiesparmodus und Höchstleistung. Das Wechseln eines solchen Plans ist einfach. Man muss lediglich die Optionen auswählen, das war's. Es muss nichts bestätigt werden. Sobald der Energiesparplan ausgewählt ist, ist er auch aktiv. Hier kann es durchaus Sinn machen, beispielsweise auch mal den Energiesparmodusplan auszuwählen, wenn man weiß, dass man ohnehin keine besonderen Aufgaben am PC durchführt, sondern nur etwas im Internet surfen möchte. Diese Pläne lassen sich übrigens auch als bequeme Verknüpfung auf dem Desktop ablegen. Hierzu findet ihr ein passendes Video auf diesem Kanal. Da wir im Folgenden gegebenenfalls einige Änderungen vornehmen, macht es Sinn, einen neuen Plan zu erstellen und diesen zu bearbeiten. So muss man sich nichts merken und kann einfach wieder auf einen der Standardpläne zurückwechseln. Um einen neuen Energiesparplan zu erstellen, klicken wir am linken Rand auf Energiesparplan erstellen. Als nächstes müssen wir wählen, auf welcher Basis der neue Plan erstellt werden soll. Hierzu wählen wir einen der vorhandenen Pläne aus und geben unter Energiesparplan Name einen passenden Namen ein. Wir klicken auf Weiter und auf der nächsten Seite auf Erstellen. Die Einstellungen, die wir hier vornehmen können oder dürfen, sind völlig irrelevant. Nach dem Erstellen des neuen Plans wird dieser auch direkt in der Liste der Energiesparpläne angezeigt und ist außerdem aktiviert. Da es sich hierbei ja um eine Kopie des ausgewählten Plans handelt, sind alle Einstellungen entsprechend dem gewählten Plan und wir können jetzt Anpassungen vornehmen. Um jetzt den neu erstellten Plan zu ändern, klicken wir auf die entsprechende Option am rechten Rand des Plans. Viel gibt es hier nicht einzustellen, also klicken wir auf Erweiterte Energieeinstellungen ändern. Es öffnet sich nun das Fenster Energieoptionen. Hier haben wir bereits einige Optionen mehr zur Verfügung. Ein kleiner Hinweis, ich beschränke mich im Folgenden auf zwei Einstellungen der Prozessorenergieverwaltung. Ihr könnt hier natürlich alles frei nach euren Wünschen freischalten und ändern. Erweitern wir nun die Prozessorenergieverwaltung, sehen wir hier standardmäßig zwei Optionen. Minimaler Leistungszustand des Prozessors und maximaler Leistungszustand des Prozessors. Das ist nicht viel. An dieser Stelle direkt ein Hinweis. Diese beiden Einstellungen legen fest, mit welcher Leistung der Prozessor minimal arbeiten soll und maximal arbeiten darf. Es kommt vor, dass bei maximal nur 99% oder weniger eingetragen sind. Sollte das bei euch der Fall sein und ihr das nicht selbst so festgelegt haben, so solltet ihr das auf jeden Fall ändern und auf den Wert 100% stellen. Andernfalls ist die CPU stark in der Leistung eingeschränkt. Also gut, soweit für viele vermutlich nichts Neues. Wir wollen ja neue Optionen und vor allem mehr Optionen. Darum kümmern wir uns jetzt. Schauen wir uns zunächst mal alle verfügbaren Optionen an. Hierzu habe ich eine Textdatei mit sämtlichen Befehlen zum Aktivieren der Energieoptionen. Diese Datei sieht so aus. Wie ihr seht, sind das ziemlich viele Optionen. Einen Link zum Herunterladen dieser Textdatei findet ihr in der Videobeschreibung. Um jetzt eine Option freizuschalten, kopieren wir uns einfach die entsprechende Zeile aus der Textdatei in die Zwischenablage und fügen sie in eine Eingabeaufforderung oder Terminal ein. Damit ich hier gleich eine geeignete Option habe, suche ich über die Suche des Editors nach Prozessor. Als Treffer habe ich hier Schwellenwert zum Erhöhen der Prozessorleistung. Dieser Wert bestimmt, wann der Prozessor den Takt erhöht. Genauer gesagt, wie stark die Auslastung in Prozent sein muss, damit der Prozessor mehr Leistung bringt. Wir kopieren jetzt diesen Eintrag in die Zwischenablage und fügen ihn anschließend in eine Eingabeaufforderung oder Terminal ein. Hier ist jetzt Folgendes zu beachten. Bei dem kopierten Eintrag bzw. Befehl handelt es sich um einen Aufruf des Programms PowerCFG, der dem Programm mitteilt, dass es ein bestimmtes Attribut ändern soll. Am Ende der Zeile steht hier Minus Attrib Hide. Das bedeutet, dass das Attribut Hide, also versteckt, entfernt wird. Hier ist zu beachten, dass es sich bei Attrib Hide nicht um einen Schalter handelt. Das Minuszeichen bedeutet hier also Entferne Attrib Hide. Kurz gesagt, diese Energieoption soll nicht mehr versteckt sein. Wieso ich das erkläre? Einfach deshalb, weil ihr vielleicht später einige oder auch alle dieser Optionen wieder verstecken möchtet. Um das nämlich zu tun, müssen wir den Befehl einfach erneut in die Eingabeaufforderung einfügen und am Ende das Minus Attrib Hide durch Plus Attrib Hide ersetzen. Danach ist die Energieoption wieder versteckt. Sende ich diesen Befehl jetzt ab, passiert in der Eingabeaufforderung nichts weiter. Beim erneuten Öffnen der Energieoptionen unseres neu erstellten und ausgewählten Plans finden wir jetzt aber einen neuen Eintrag unter Prozessorenergieverwaltung, nämlich Schwellenwert zum Erhöhen der Prozessorleistung. Also genau die Option, die wir gerade freigeschaltet haben. Erweitern wir die Einstellung, sehen wir hier nun den eingestellten Wert. Dieser ist in meinem Fall 30%. Dieser Wert lässt sich nun einfach ändern und anpassen. Speziell in diesem Beispiel ist das simpel. Erhöht man den Wert, wird der Prozessor später hochtakten. Verringert man den Wert, taktet der Prozessor früher hoch. In vielen Situationen kann hier ein höherer Wert eingegeben werden, da die normale Leistung des Prozessors meist ausreicht. Wie bei vielen der anderen Werte heißt es hier, probieren und schauen, was passiert. Okay, das war im Grunde alles. Ihr könnt nun alle Optionen, die euch interessieren, freischalten und damit rumexperimentieren. Auf jeden Fall solltet ihr aber langsam und vorsichtig vorgehen. Option für Option freischalten und einstellen. Alle Optionen auf einmal freizuschalten und überall ein wenig zu verstellen, führt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zum Erfolg und verschlechtert unter Umständen die Leistung enorm. Ein Tipp an dieser Stelle. Ihr könnt euch auch alle Befehle aus der Textdatei in eine Batchdatei kopieren und diese dann ausführen. Allerdings solltet ihr das nur tun, wenn es euch nicht stört, dass ihr anschließend zahlreiche Einträge in den Energieoptionen habt. Denn einfach rückgängig könnt ihr das so nicht machen. Grund hierfür ist, dass diese Liste auch Einträge enthält, die bereits vorhanden bzw. sichtbar sind. Wenn ihr später also alle Einträge mit Plus-Attrip-Height verstecken wollt, dann verschwinden alle Einträge der Energieoption. Das Herstellen des Standards geht also nicht so einfach. Meine Empfehlung, schaltet frei, was euch interessiert und merkt euch die Befehle, sodass ihr später die Optionen wieder verstecken könnt. Hier noch ein Hinweis zu den Einträgen in der Textdatei. Ihr findet hier neben den normalen Einträgen, wie den gerade gezeigten, jeweils noch einen weiteren mit dem gleichen Namen, aber dem Zusatz Prozessorleistungseffizienzklasse 1. Hierbei handelt es sich um die gleiche Einstellung, aber für Geräte, die gerade im Akkubetrieb laufen, also nicht am Strom angeschlossen sind. Habt ihr also einen Laptop und möchtet eine Option verändern, dann ist die normale Option die, die ihr für den Betrieb am Stromnetz ändern müsst und die mit dem Anhang für die Effizienzklasse 1 ist für den Akkubetrieb. Häufig gibt es zu den Einstellungen auch direkt einen Gegenspieler. In dem gerade gezeigten Beispiel ist das der Schwellenwert zum Reduzieren der Prozessorleistung. Das ist dann die Grenze, bei der der Prozessor wieder runter taktet. Schauen wir uns beide Werte in diesem Beispiel etwas genauer an. Der Prozessor erhöht die Leistung bei 30% Auslastung. Diese bleibt so lange erhöht, bis die Auslastung auf 10% sinkt. Es würde hier also nicht viel Sinn ergeben, wenn man den Schwellenwert zum Reduzieren auf einen höheren Wert setzt als den Wert zum Erhöhen. Viel mehr gibt es hier auch nicht zu erklären. Das Ganze setzt natürlich, je nach Einstellung, die man verändern möchte, entsprechendes Wissen voraus. In vielen Punkten gibt die Erklärung ja schon an, was die entsprechende Option bewirkt und man muss nur noch die Werte anpassen. Einige der anderen Optionen sind deutlich komplizierter. Deshalb hier noch einmal der Hinweis, seid vorsichtig mit den Einstellungen. Tastet euch ran, prüft, was die Änderungen bewirkt haben und geht erst dann zum nächsten Schritt über. Was haltet ihr davon? Schreibt mir doch hierzu mal einen Kommentar. Und das war es auch schon wieder. Vergesst nicht, das Video zu liken und fleißig zu kommentieren, wenn ihr mich und diesen Kanal unterstützen möchtet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, das war es auch schon wieder.